Aaaaaaah, hab ich gewusst, dass die wieder stöhnt und jammert und ächzt nach Weihnachten. Ja, ganze Gans haben wir gefressen und die Enten und den Karpfen und die Wienerle mit schlesischen Kartoffelsalat und alles. Ja, ich mach keinen schlesischen Kartoffelsalat. Ja, ich, ja, das ist immer so gut. Dann kommen wir kackte Äpfel, neikackte Gurken, kackte Sardinen. Ich mach nichts, wo neikackt ist. Naja, das sagt man ja nur so. Na, trotzdem nicht. Na, das ist immer gut. Na, ich hab euch ein leichtes Menü zu mir genommen und dann kann ich mich jetzt vorbereiten auf das große Silvesterfest. Wo ist denn du hier? Ich bin in Frankfurt. In Frankfurt bin ich, ja. Ja, sind wir gemeinsam in Frankfurt. Gemeinsam, da ist doch von der Kommune diese Busfahrt nach Frankfurt und die Metropole Hessens. Alter, das ist schön. Äpfelwoll machen wir dann. Äpfelwollfest. Natürlich, ohne eine Silvesterparty im Hotel. Da sparen wir sich dann die Silvesterkracher, weil wenn du ein Äpfelwoll trinkst, da krackst du vor Lanz. Oh ja, oh ja. Und das tagelang. Das tagelang. Also jetzt geht's wieder los mit die Kracherkaufen und so weiter. Kaufen sie nicht. Gar so viel, ein bisschen oder was. Und das langt dann, weil man muss nicht alle das Geld noch verpulfern. Kaufen sie nicht über was Gescheites. Oder denken sie an die, die nichts haben, weil die Freie sehe. Genau. In diesem Sinne. Gutes Vorbereiten. Ade. Bleibschi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.